Ready, ready, ready Ah ja, der Clown Meister oder wie? Der Clown Meister Auf gehts Auf gehts man Aros, was war da gestern los mit Final Game? Och ne, also da will ich eigentlich direkt schon wieder leben Was ist das für ein Rauschen, alter? Der Wind, gell? Der ist irgendwie so von wie kennen die Haben die bisschen, keine Ahnung Das ist schon ein bisschen ätzend Ätzend, alter Also, aber das geht Also, wenn du dann landest und so Merkst du es eigentlich fast irgendwie gar nicht Aber was mich eher so stört Der Sound leise, ist ja laus? Ist der Sound eigentlich immer leiser geworden? Nee, also ich weiß Ich glaube das ist nur so wegen dem Rauschen Ich glaube das kommt ja wegen dem Wind so vor Also ich muss sagen Marco, dieses Ding da hinten an Flugzeug gefällt mir sehr Ja, alter Ja, alter See you in hell Erstmal 13 Stunden fliegen Vor allem ist das irgendwo in China oder so, gell? Ja, in Korea Ja, wenn du da was zu essen holen willst oder bestellen willst, Ni Hao Ni Hao Pizza, One to One Pizza, Ni Hao Pizza gibt's da nicht, es gibt nur Nullen Oh fair Raza Raza Habt ihr denn da auch irgendwie so ein Gaming House oder Hotel oder wo seid ihr da unterwegs? Ja, noch keine Ahnung Ich weiß nur, dass ich 30 Stunden fliegen muss Das fangt ihn ab, ey Da muss jetzt los, ey Richtig los 30 Stunden, also ein halber Tag Da würde ich auf jeden Fall live stream aus dem Flugzeug sehen Ist jemand bei mir? Ja, ich Aber neben uns sind noch Gegners Am besten Brams ist ja zum kotzen, alter Ja Im Early sind die echt bad, jetzt gerade teilweise wieder Mit den Puschen hier oder was die sowieso Was ist das noch gekommen? Wie in alten Tagen Verweil dir Zangenmengen, alter Zangenmengen in deinem Kopf So kann ich so Ich hab nicht richtig richtig Hit bekommen Von den Juden Von den Juden Anrufen Rittless Mhm Hier liegt Reddart Oder hast du schon? Ich hab, ich hab, ich hab Weil ich geil finde, man kann nicht Man kann nicht Man kann nicht Man kann nicht laufen Cross ist was Ganz am Osten im Cross Ich weiß nicht aber Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Kamerad Kramsafall Hap ihn Andere Straßen sind im Fall offen Vorher In meinem Haus, zu meinem Haus, Backroom Ich hoch Nacht Ich hab noch ein Helmet Ich hab kein Helmet Der hat keinen Ich hab keinen Ich hab keinen Gämmens mal Weil da muss man einfach mal ein dickes Glob geben Wirklich So gut aus einfach Das sieht so übersichtlich alles aus Echt jetzt Ich find das viel mehr Deckung Viel mehr Ja auf jeden Oh, Leute, hier war einer drin Das mein ich ja so Aber Allgemein Das ist alles so Hell of Oha Oben, von oben. Oben, von oben. Oben, bei unten? Deine ist unten ein Double-Packneter bei dir, Marco. Okay. Das ist orange, du weißt? Ja, du weißt, du weißt. Du kannst mich grad bandagieren. Ist geil, dass hier die Bandagen jetzt durchgehen. Das ist unten drin, geht nach oben. Nähde den. War weiter oben nicht noch einer? Lass den pushen, komm, Marco. Ja, ja, bin nun dabei. Alles im Klo? Okay, cross. Cross links. Gibt's hier Helme in dem Game noch, Alter? Oder was ist passiert hier? Muss ja der letzte sein, oder? Kann er, als ich den Helm hab. Wo ist der? Der war hier beim One-Story dahinter. Keine Ahnung, wo der hingelaufen ist. Bei dem grünen hier, oder? Der müsste nach Osten weg sein. Ich hab Westen. Nee, der ist hier beim... beim One-Story. Hinter dem One-Story bei mir. Einen im blauen One-Story. Ja. Der läuft jetzt wieder zu dir. Chris. Ist bei dir jetzt. Ich geh aufs Loch, hab den gleich. Ich hab ihn. Ich geb mir seinen Helm jetzt, sonst raus nicht aus. Gut sie ist aber ausgefangen. Endlich mit Dingen, ne? Mit... Äh, wer dort? Full Attach ist die, glaub ich, echt gut. So. Julio, oder was? 71er live, oder? Hey Leute, erkundet ihr in die Map. Hat jemand nen Scope? Nee, ne? Mhm. Ich hab grad ne Frage aus dem Chat. Ob sich das Meta auf SMG wechseln wird. Wegen den ganzen Buffs jetzt. Weiß ich noch, ne? Das hab ich zu wenig gespielt. Das kann man jetzt noch nicht feststellen, glaub ich. Das kann man mit der Zeit. Wenn AR wird immer sagen bleiben. Ich würd sagen, ne? Also ne AR kannst du halt auf Close und Media benutzen. Und umpeilen, wenn überhaupt. Oder SMG halt im Close so, ne? Ja, klar. Und hast halt nix im Medium. Im Medium hast du halt auch normalerweise noch ne DMR dabei. Also... Weiß ich nie. Ich glaub was gelandet, ich glaub nicht, oder? Ich hab nen Dreier-Bike in der Garage. Bist du mein Batman-Bike? Ich hab hier ein Buggy. Ich kann mit nem Buggy. Aber wie die Yellows einfach nicht mehr Yellow sind. Letztens. Ja, genauso wie hier hinten die Yellows. Die sind jetzt blau bei meinem Marker. Ja, alles. Lass mal zur Orange stehen. Auf der Straße. Erst drück mal E5. Gibt dicke Musik. Von deinem Auslander kannst du auch nicht sehen. Machst du Musik laut. Radio gibt's hier nicht, oder? Wenn du dann mit dem Breach machst. Mit vier Leuten alle radiofulle Lautstärke. Let's go. Du hast die Musik hier. Wo? Achso. Wo? Achso. Wo? 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 Die Häuser sind auch neu. Das finde ich aber gut, dass sie in der zwei Häuser geändert haben. Gott, die Posi war gestern schon so stickstark aus uns. Wenn sie jetzt noch zwei Häuser mehr bekommen, Alter. Ja, weil wenn da Leute am Berg sitzen und du suchst aus den Häusern raus, ist das irgendwie stark. Und wenn da jetzt mehrere Häuser sind, hast du halt mehrere Flieg-Möglichkeiten suchen, wo du fliegst. Das ist ja gut. Ich habe einen Kaffee. Weck überfahren, du hast sechs auch. Haben wir dir jetzt alle drei überfahren? Wir sind alle drei über ihnen drüber. Alter, du hast ja Musik an da drin. Boah. So. Power 6. Vom Berg. Ah, ich seh ihn. Fick mal. Hat ein Headshot glaube ich? Was? Was war das der? Nee, der war weiter oben oder nicht? Ja, der hat aber auch keine VHS, das war der nicht. Ja oben, oben am Baum. Springt runter. Was waren die denn? Einer fehlt noch. In Georgia gerade noch in der Karge ballern. Ich finde aber jetzt auch, also Real Talk, die Felder sehen einfach auch viel besser aus. Die ganzen Felder, allein schon. Ich kann es. Ah ja, das. Hab ich mir jetzt, lass mal was drin hier. So, wie soll ich das? Nee, wir haben es gern. Was denn? Mach ich mein Scope, hast du was? Nee, ich hab nur Zweier. Über? Nee, leider nicht. Hab ich auf der Mini. Ich hoffe noch zu schaut, oder? Ja. Ich finde es sieht halt einfach, es sieht einfach besser aus. Super. Einfach frisch. Ist einfach frisch. Frisch. Ist einfach frisch. Das ist einfach schön für die Augen. Ja, es ist immer cool, alles was neu ist. Vor allem Frauen. Äh. Jetzt gleich erstmal Nackenschelle. Ja. Pfff. Ja. Ja. Go. Hier sind welche auf der anderen Brückenseite, bei gelber und orange. Okay, let's go. Ich bin Kaupang drin, 100 BK, kriegt er auf mich in der Garage in der Großen. Schießt auf uns. Ich pull auf das Blauen Haus. Blauen Haus. Da ist ein Lock in der Garage. Da ist noch einer in der Garage drin. Oh, Nate, Nate, Nate auf mich. Da ist ein Nate noch. Ich hab ihn. Den Retzer. Sind alle dead. Von irgendwo von der VHS beschleun, aber keine Ahnung. Flair schießt da oben. Waren alle tot, gell? Ja. Da ist ne Flair auf 60. Lass mal da hingehen. Da gibt's keine Firma. Da ist doch jemand hier im Süden. Von Pultaufgussmaschine. Bei Orange. Der wird gespielt. Zwei Leute. Eine oben, eine unten. Eine oben auf dem Dach. Und da haben wir ja drin. Wir haben Platten, aber okay. Können wir in der Halle rechts kollaben? Ja, rechts mit den Halle. Einer ist auf dem Dach. Die sind beide in der Garage drin. Weißt du? Einer oben auf dem Dach? Ja. Die smockt sich ein. Einer ist noch oben. Einer muss noch oben sein. Einer ist noch oben. Einer ist noch oben. Easy. Aller der Vampir, Leute, lol. chris später irgendwie motivieren dass er noch zwei sind ich habe keine mani mehr ich muss nachladen ganz ganz oben wollen können wir das leben muss da kommt rechts von uns da sind drei mann drauf die auf dem bike hier waren Ja, das waren nur drei, das waren nur drei. Ich fahr direkt zum, ich fahr ins da zum Chris. Ja. Alter, Murat. Ich hab so Potatac auf dem Bike, wir lecken ja am Arsch, Alter. Alter, ich fahr dich aber gar nicht krass. Ich hab geschossen, es war nur am Rot am Spritzen, aber da waren drei Leute irgendwie drauf. Alle am Tanken. Das sind welche, auf 80 machen wir, auf 4, oben, bei Orange. Okay. Der jumpt da rum. Park das Auto vor mir im Auto. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Der ist genau auf Orange, ist da rumgejumpt einer. Aber einer von dem Team muss noch kommen. Der kommt erst zu dir gerannt, pass auf Marco, ne? Der kann Klaus schon bei dir sein. Er hat mich direkt. Hast du ein bisschen Fünfermonie, ich hab gar nichts, Mann. Ich hab nur zwei Siebener, sorry. Der Staubsauger da hinten, der... Du hast bestimmt 400 Schuss, oder? Du hast bestimmt 400, Mann, ey. Ich kann welchen für dich, Marco. Warte, der fährt, der fährt, der fährt. Wo genau? Quickmark? Wenn du straight vor mir, straight vor mir. Der fährt im Werkhof. Zwei Leute sind das. Einer hat nicht. Ich hab nicht nachgeladen. Ich hab nicht nachgeladen. Das Problem. Ja, vor mir, vor mir. Die halten in der Check. Die fahren durch, die Check durch. Die spinnen. Ich kann den flippen. Chris, wenn du pull-upst... Ich hab keine... Scheiße, Mann, ey. Wie machen wir das jetzt? Pull-upen. Dann nachladen. Was schüttet ihr denn? Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ich meine, die gehen da her. Warte, die... Die haben richtig Schiss. Die schießt aus dem Auto raus. Nice. Komm zu mir. Ich bin immer noch am Verfolgungsdosen. Oh, hier das Compound ist taken. Wo ich bin. Da ist ein Team drin. Fahr links rum, links rum. Die sind an der Küste jetzt bei mir. Die fahren immer noch an der Küste. Haben da angehalten. Wo? Genau, du fährst genau drauf zu. Blauer Marker. Du hörst dich schießen. Ich weiß noch. Ich krieg vom Westen, von dem Compound. Ja. Bist du safe? Ja, ich bin gut. Oh, mein Auto ist halt weg. Soll ich abholen? Ja, alles gut. Okay, die beiden Compounds sind taken. Oh, mein Auto ist halt weg. Vor mir ballert eine Car close. Einmal vor mir, direkt hier bei meinem Markt. Soll mal zurück zum... Also, ich kann auch Solo machen, das ist dein Ding. Nee, wir fahren zu dir. Aber ich habe keinen Sprit mehr. Chris. Ja, lass uns nicht. Ich versuche, die Hörer zur Tour. Ich muss bei dir mitfahren. Der war Insta, der war Insta. Komm mal zu uns, komm mal zu uns. Lass ihn mal hier pull up. Der hat kein Auto. Ich habe hier ein Bike, ich habe hier ein Bike. Aber bei mir hier sind es noch welche. Macht ihr da euren Ding. Ich mache hier mein Ding. Hast du Booster, Marius? Ja. Auch viele. Hier. Ja, lass die pull up und komm. Versuch, einen zu knocken mit der Car. Warte, warte, warte. Ich mach mal. Go. Versuch, mit der Car zu knocken. Da gehen wir. Oben auf dem Dach. Oh mein Gott, das war kein Headshot. Einer einen Hit. Okay, zwei müssen sich heben. Ja, lass es kommen. Das ist ein Bonobos. Komm, 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 komm. Ich fahr einfach an den Tower an. Auch das. Dach, immer noch. Ja, Leute, aus dem Dach. Fuuuck, ey. Ne, jetzt kommen. Einen knockt. Einer Headshot. Ich push. Hälte. Habe ich alle, was? Alter. Bei mir sind drei Leute. Drei Leute an der Edge. Ich ging nach vorne. Selbst gut. Ich bin jetzt in der Shooting Range drin. Ich komme zu dir. Bei meinem Markt drei Leute. Ich bin nicht gut. Aber du bist nicht in der Zone. Du bist dead, oder? Ne, ich bin dead. Ich bin dead. Ja, hier hinten war noch weiße Thema. Aber das war uns auch noch bei Orange. Ja, und bei Blau war noch das andere Team. Ich muss mich mal ganz kurz. Ich nehme den High Ground, oder? Dann kann ich dir callen, wo die sind. Also, Shooting Range ist auf jeden Fall nicht drin. Die müssen alle raus. Drei Leute sind da selbst. Bei mir Autos? Ne, bei dir. Nein, du bist das. Du bist das. Du bist das. Da läuft ein auf die Straße. V-254 beim Das, ja. Keine Eis. Hab ihn. Oben. Bei mir oben. Im Wald. Oh, fuck. Am Stein oben. Vier Nails schon auf mich. Keine Hittes. Der ist noppt. Der hat mich ge... Ne, der ist da. New Team. Ja. Da ist einer jetzt am Stein. Einer ist links am Bordstein. Rechts war auch einer. Links noch. Muss healen. Oh, keine Mulde. Ich muss auf, direkt auf, direkt auf. Das ist der letzte von denen, glaube ich. Du hast die Acker noch nicht nachgeladen, glaube ich, oder? Ne. Nur Flush. In der Smog. Hinter. Hab ihn. Hebel es rein. Zone kommt. Die von der Shooting Range, die sind irgendwo jetzt hier, weil ich ja nicht. Maybe schon an der Check oder so. Keine Ahnung, was sie gespielt haben. Ähm, nimmst du den Dacia? Scheiße, sonst komm ich nicht rein. Oder? Ja. Was mit den Yuats? Der da am Baum war, Adam Stein. Der da, der Yu ist. Vor uns. Alter. Alter. Es ist halt einfach dieser Moment, wo du mit der Kahl schießt, dann braucht er einfach nur Klick. Fahr den Kill, du dachtest gerade eben, dein Auto wäre low HP, was am Brennen war, aber es hat ja noch ein Locker-Hebel. Ja, ja, das habe ich gemacht. Das ist irgendwie, die haben die eine geändert. Ja, das von hier zu Fuß. Ich muss noch grad heilen. Fauder, ruhig. Die Runde wird dick. Wie viele Kill hast du dir jetzt schon? 10 habe ich. Ich hab auch 10. Wir haben jetzt schon 31, Alter. Auf geht's. Voller zu dem Pullappen, komm, wir müssen riskieren. Mach die 40er rauf, mach 40 voll, Junge. Baller, wir müssen riskieren. Unten am... Ich hab keine Mails. Auch keine mehr. Unten an der Küste hat geschossen. Kein Sprit mehr. Müssten uns irgendwo 125 sein. Oben läuft, oben läuft, süden. Ja, habe ich glaube ich gesehen. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ja, hinter mir. Hüttet mir mal, was hinter mir. Ja. Ja, unten. Er läuft nach unten weg. Ich smog uns nur nach hinten. Kein Helm mit mir jetzt, leider. Das sind alles Solos irgendwie. Der läuft nach rechts, der läuft nach rechts. Oh, bei mir... Der nadet bei mir. Attemptshot. War nur ein Solo. Guck mal oben, die pushen gerade runter. Auf, küsst drauf, Lady. Ich komme direkt. Wir sind noch im Blue. Nice. Der andere ist rechts rum, glaube ich. Ich denke, ich denke, ich sehe so. Ja, in Richtung rechts rum. Baum hier in der Blue. Am Baum links ist Marius der erste. Set. Ich habe halt keinen Helm mehr. Ich muss jetzt gehen, jetzt ohne Helm zu spüren. Den, den ich genockt habe, hat einen Helm gehabt. Ah, einer Check. Wo, wo, wo. 3,5. Ich habe einen nocked. Der Kampfer und ist halt Helm. In der Check drin noch. Nades? Ja. In der Check drin. Hast du Nades? Hast du Nades? Ne, keine Nades, aber... Einer hält die Tür und ich push rein. Hält die Tür? Oder ich smoke den raus. Schmeiß einfach einen Smoker und dann kommt der rausgelangt. Secret. Ah, schade, Mann. Meinst du, das war der? Ja. Ich glaube, ein Full-Team ist noch im Kampown. Ja. Da echt die, die fighten da, glaube ich, am Kampown. Außen in der Mauer. Habt ihr nicht viel drauf? Headshot einer. Geil, ganz speziell. Okay, dann halte ich auf. ... ... ... ... ... ... ... ... Nice knock. F**k Er drückt in auf den Laufen mit der Fahrt, das ist gleich Die Nails kamen gleich, oh no Ja, keine Boi, K Ui, Ui Der pusht Links rum Du kannst durchziehen, du kannst durchziehen Er ist hinter der Shack Links Ja Ich hab ihn gesehen, hinter der Shack Er wird auf Reds gehen Ja, es sind noch zwei am Leben Einer Der letzte, der letzte, der andere, der andere Underwall, Underwall Das Haus wieder rein Das rechts, rechte Seite vom Haus Rechts unten am Fenster Rechts unten, ja Rechts unten Ja Dead Easy Ups Wie viele waren wir? Wie viele haben wir? Ich hab 16 Ich hab 13 Ich hab 10 Nein Ich hab 19 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 Der mit der Beryl über die Merk...